Die CONCACAF U20-Meisterschaft ist ein Fußballwettbewerb zwischen den besten Mannschaften Nord- und Mittelamerikas sowie der Karibik für männliche Fußballspieler unter 20 Jahren. Zudem wird das Turnier zur Qualifikation für die U20-Fußball-Weltmeisterschaft genutzt. Organisiert wird die Meisterschaft von der CONCACAF. Erstmals wurde es im Jahr 1962 ausgetragen, fand zunächst in unregelmäßigen Abständen, später zumeist im Zweijahresrhythmus statt. Das Format des Turniers wurde im Laufe der Jahre mehrfach geändert, auch die Bezeichnung variierte. Bis 1997 hieß es CONCACAF Jugendturnier. In den Jahren 1998 bis 2007 diente das Turnier nur als Qualifikation für die U20-Weltmeisterschaft und wurde somit unter der Bezeichnung Qualifikation zur FIFA U20-Weltmeisterschaft ausgetragen. Seit 2009 trägt das Turnier die Bezeichnung CONCACAF U20-Meisterschaft und fand mit acht Teams statt, die in zwei Vierergruppen die Teilnehmer für das Halbfinale ermittelten. Seit der Ausspielung 2011 nehmen zwölf Teams in vier Dreiergruppen am Turnier teil. Die Turniere im Überblick. Das Format des Turniers wurde 1998 geändert und in dieser Form bis 2007 beibehalten. Die besten acht Mannschaften Nord- und Mittelamerikas und der Karibik wurden in zwei Gruppen a vier Teams aufgeteilt. Es wurden jeweils zwei separate Turniere in einem der teilnehmenden Länder ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die U20-Fußball-Weltmeisterschaft. Mit dem Turnier im Jahr 2009 wurde der Modus wiederhin zu einem einzigen Turnier geändert, bei dem sich alle vier Halbfinalisten für die U20-Weltmeisterschaft qualifizieren. Rangliste der Sieger in den Jahren 1998, 2001, 2002, 2005 und 2007 wurde kein Turniersieger ausgespielt. Logohistorie